Ich will mehr Zeit mit Hanna und Malte verbringen. Und ich mein, es macht doch am meisten Spaß, wenn man gemeinsam kleine Experimente ausprobiert. Es kommt sehr wohl auf die Größe an. Hä? Was? Ja, ihr seid mir zu viel am Handy. Deshalb hab ich hier diese Offline-Box auf Kleinanzeigen besorgt. Da tun wir unsere Handys rein, wenn wir uns trauen. Okay. Ja, das Teil hat nen Timer. Und erst wenn die Zeit abgelaufen ist, geht die Box auf. Höh! Pssst, pssst, pssst. Ja, supi, dann können wir ja direkt starten. Wenn ich bitten dürfte. Äh, Tommy, können wir das auf morgen verschieben? Ich hab ein ganz wichtiges Telefonat in fünf Stunden. Meins kannst du haben, ich bin nicht süchtig. Das hab ich mir gedacht, Malte, deshalb musst du deine Konsole auch mit hineingeben. Was? Wenn ich bitten dürfte. Was? Ja. Wie gesagt, wichtiger Anruf. Wenn alles klappt, dann kann ich vielleicht mit auf eine Forschungsreise nach Kanada. Ja, dein Telefonat ist in fünf Stunden. Dann stellen wir den Timer der Box einfach auf drei Stunden und so hast du noch genug Zeit für alles. Ich hoffe, ihr habt eure Handys auf stumm geschaltet. Ansonsten zuckt ihr jedes Mal zusammen, wenn es blum macht. Tommy, wir sind wirklich nicht so süchtig. Und es ist ja nur für ein paar Stunden. Was soll da schon groß schief gehen? So, und ich würde sagen, damit sich niemand heimlich an der Box zu schaffen macht, stelle ich sie ganz offensichtlich und öffentlich hier auf den Treppen. So, was machen wir jetzt? Nee, du hast dir nix vorher überlegt. Ich dachte, dass wir alle so in Euphorie verfallen, dass wir uns gegenseitig mit richtig coolen Ideen übertrumpfen. Ich hab ne Idee. Super, schieß los. Ich geh mal ins Bad und ihr zwei überlegt euch was, ja? Deal? Super. Wohnzimmer? Ich hab keinen Bock aufzustehen. Musst du ja auch nicht. Fällt dir vielleicht etwas ein, was wir gemeinsam machen könnten? Hm. Wir könnten einen Spaziergang ins Kanalfiertel machen. Hier gibt's ein Kanalfiertel? Wo das denn? Ja, ich weiß auch nicht genau, wie wir da hinkommen, aber wir könnten es ja mal kurz googeln. Mist. Okay, dann weiß ich auch nichts. Schlag du was vor. Ich? Ähm, ja, was macht man so ohne Handy? Das könnten wir googeln. Mist. Gebt meinen Daumen nach oben, wenn ihr auch gerade am Handy seid. Was hat man denn früher ohne Handy gemacht? Wir könnten in die Alpen fahren. Was? Da war ich früher immer. Das war so herrlich. Ja, wir können ja jetzt schlecht für drei Stunden in die Alpen. Warum nicht? Naja, weil ich habe immer noch diesen kleinen Kiesel in meinem Wanderschuh und ich will den nicht rauskriegen, kann ich nicht los. Und wenn ich dir suchen helfe? Ja, ich meine, kannst du es probieren. Und Malte könnte auch mithelfen. Dann hat jeder einen Schuh und wir schaffen es in einem Drittel der Zeit. Wo ist Malte eigentlich? Der wollte doch wieder hier sein. Erwischt! Jetzt habe ich mich gebissen. Das ist verboten. Wieso? Er kann sich doch beißen, wenn er will. Ja, aber nicht mit dem Handy in der Hand. Das hier ist ein Smartphone. Ja doch, das ist ein Handy aus der Rechte. Her damit, bevor du es kaputt machst. Junge, die Dinger sind aus Stein. Die gehen nicht einfach so kaputt. Her damit! Toll. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Vielleicht nächstes Mal ein bisschen leiser schreien, du Trampel. Und was machen wir jetzt? Was passiert nochmal bei einer 7? Der oder die links von dir muss würfeln und so viele Augenzahlen, wie dann zu sehen sind, so viele Schlücke darfst du verteilen. Schlücke Tee? Hä? Ich dachte, das mit dem Würfeln ist nur beim Buben. Jemand hat sein Handy nicht auf stumm geschaltet. Wer von euch war das? Ich nicht. Glaube ich. Das bin ich auch nicht mehr so sicher. Vielleicht versuchen wir es einfach zu ignorieren und spielen einfach weiter. Wer von euch hat die Karte mit den drei Nüssen? Vielleicht sollten wir doch mal nachgucken. Nein, ich weiß, dass es am Anfang sehr schwer ist. Aber wir müssen einfach stärker sein als das Bedürfnis. Muss man ins Bad? Komm her im Kackteil! Falscher Alarm. Ist nur meines Handy. Tommy? Hast du nicht gesagt, du hast das Schloss auf drei Stunden gestellt? Ja. Das heißt, wir haben es fast geschafft. Nur noch zwei Stunden und ein paar Minuten. Wieso steht er dann 29 Stunden und 47 Minuten? Was? Das kann nicht sein. Hast du das Ding auf 30 Stunden eingestellt? Das kann nicht sein. Jetzt reicht's. Tommy, mein Telefonat! Das kann nicht sein. Ach, das ist ein weh! Oh nein, stopp, Alter. Gewalt ist gerade... Hättest du aber nicht so fest zuschlagen müssen. Woher soll ich jetzt bitte wissen, dass Tommys Kopf so weich ist? Oh, warum? Da ist er ja wieder. Tommy. Oh, habt ihr den Notarzt gerufen? Wie denn ohne Handy? Ach, mit dem Festnetztelefon. Das könnte ich nicht mehr. Oh, Hanna, jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr. Ja, aber wisst ihr, was wir brauchen? Unsere Handys und zwar jetzt! Und du hast gesagt, du bist nicht süchtig. Ja, Hanna, das Telefonat ist gleich. Es muss doch irgendeinen Weg geben, diese Box zu öffnen. Ich erlaube euch, die Box mit Gewalt zu öffnen. Nein, 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 nein. Gewalt ist keine Lösung. Ja, genau, Tommi, man muss nicht mal auf alles drauf hauen. Das bringt nichts, das Ding hat nicht mal einen Kratzer. Okay, den Safe verschenken wir auf unserem WG-Account. Erster Link in der Videobeschreibung. Aber ohne Handys und ohne Konsolen. Irgendwie müssen wir dieses System doch umgehen können. Einen Notfallplan oder so. Hast du eine Anleitung für das Teil? Nee, aber sowas gibt es ganz sicher im Internet. Ah, oh. Wir haben doch einen Laptop. Den können wir benutzen. Ach so, ein Laptop wäre geschummelt. Das machen wir nicht. Ja, genau, Hanna. Pff. Es gibt keine Lösung. Mist. Wir müssen tatsächlich abwarten, bis die Zeit abgelaufen ist. Und wenn du vielleicht einfach doch mit ihr über das Festnetz-Telefon telefonierst? Woher soll Frau Forschungsrassende bitte meine Festnetz-Nummer haben? Ich habe nicht mal ein Handy, um mir die zu schicken. Wie hat man denn vorher kommuniziert? Ich wünschte, es gäbe ein Buch, wo alle Telefonnummer drinstehen. Ich wünschte, es gäbe eine Zeitreisemaschine, die einen davor bewahrt, dass ein bebrillter Trottel einen überredet, seine Technik einzusperren. Ach, jetzt ist es plötzlich einfach meine Schuld, oder was? Ja, Tommi, es ist deine Schuld. Muss man einfach mal so sagen. Ja, Tommi, Tommi! Tommi, Tommi! Tommi, Tommi! Tommi, Tommi! Tommi, Tommi! Hallo? Frau Meilbach? Können Sie mich hören? Sie hat eine SMS geschrieben. Konnte sie nicht erreichen? Melde mich übermorgen. Liebe Grüße. Ah! Ja, das klingt doch gut. Wollen wir zum Kanalviertel? Wo ist hier ein Kanalviertel? Keine Ahnung, aber das finden wir bestimmt. Schnick, schnack, schnuck! Ha! Bube! Hanna, du musst elf Liegestütze machen, während ich Tee trinke, es sei denn, Tommi hat eine Sieben. Ich habe nicht nur irgendeine Sieben, ich habe die Sieben mit den drei Nüssen und dem Warzenschwein. Schon wieder? Du schummelst doch! Nein, würde ich schummeln, dann würde ich mir mal das Königin nennen. Hey, Nase raus aus meinen Karten! Kann ich deine schwarzen Petra haben? Dann habe ich mein Haus voll. Du hast die Petra? Ich kann dir den Jürgen geben. Ach, wie cool! Meine alte Schultasche! Wow, meine alte Schultasche! Wo war die denn? Wo habt ihr denn meine alte Schultasche ausgegraben? Hä? Was riecht denn hier so eklig? Ich glaube, der Ranzen riecht ranzig. Uh, ist das kurz oder kann das weg? Ja, mach das sauber weiter. Ah ja, klar. Erst gehört zu allen, aber wenn es stinkt, ist es meine. Er hat recht. Hanna, mach du's. Ist ja schließlich dein Rucksack. Äh, jetzt ruhig so drüber nachzicke, kann das gar nicht meiner sein. Ich habe meinen nämlich auf Kleineinzeigen verkauft. Ist gar nicht so schlimm. Ah ja, juste ja. Okay!